Warum schubbt man sich bei der Schuppenflechte? Ich bin Sebastian, Dermatologe bei Dermafy und teile hier mein Wissen mit dir. Unsere Haut erneuert sich alle vier Wochen ganz von alleine. Bei der Schuppenflechte geht das aber wesentlich schneller, dann macht das die Haut schon in vier bis sechs Tagen. Durch diese schnellere Hautteilung schubbt die Haut bei der Schuppenflechte.